Wenn jemand jetzt die Tabelle guckt, dann sagt er, das sieht nicht gut aus. Aber wir haben drei Spiele weniger als die anderen und ich würde das Ziel setzen mit vier Punkten und das ist machbar. Drei Spiele, vier Punkte, dann bist du nicht mal bei dem Abstiegplatz und dann hast du Endspieler, wo du auch die Favorit bist. Wenn Köln kommt, Bielefeld kommt, das musst du machen, also wenigstens nicht verlieren und dann bist du immer noch vor die Aller. Die drei nach Hohspiel, Minimum vier Punkte, Minimum, von mir aus kann auch sechs sein. Von mir aus kann auch noch mehr sein, ja, neun, sieben, egal was, ja, aber Minimum vier, das ist der Trainerdruck. Den Druck muss die Mannschaft überleben, egal ob das in Mainz fangen wir mit Punkte oder danach oder vorher, egal wie ist das, Minimum vier Punkte über die drei Spiele. Und deswegen, ich würde jetzt nicht so die Mannschaft unter Druck setzen, ja, jetzt Mainz, wenn wir Mainz nicht gewinnen, dann bringt nichts. Das bringt uns nicht weiter, wir sind auch Menschen, ich sehe, dass die wollen. Erstmal ohne große Spielpraxis müssen wir eine gute erste Halbzeit spielen, das ist das Ziel. Wenn das Relegation, dann haben wir noch zwei Spieler, das muss auch schon geredet sein und Spieler müssen sich schon hier fokussiert sein, nicht denken, letzten Spieltag bin ich in Urlaub, weil das ist nicht gut, ja. Da muss man bereit bleiben, gedanklich, kopfmäßig, Konzentration und das werden wir in diesen drei Wochen immer wieder moderieren und Dinge zu erzählen und einreden, damit wir fokussiert bleiben. Erstmal natürlich Respekt an die Mainzer, wie die es gemacht haben in den letzten Wochen. Ich glaube auch schon, dass wir eine gewisse Unbekannte sind für Mainz, also wir kommen jetzt aus zwei Wochen Quarantäne. Niemand kann uns so richtig einschätzen, ich meine, es ist selbst für uns schwer, das jetzt richtig vorherzusehen, was passieren wird. Ich kann nur sagen, ich war bei den Trainingsanleiten da, die Jungs haben wirklich Energie gehabt und es war auch Spaß im Training. Jetzt mal ernsthaft, in der Bundesliga, gegen wen ist es einfach oder gegen wen kannst du Punkte einkalkulieren? Also das ist ja, dafür kannst du auf der anderen Seite gegen jedes Team gewinnen. Also uns ist das völlig egal, wer jetzt kommt, wir haben das Ziel Klassenerhalt, dafür muss man Spiele gewinnen, das wissen wir und davon bin ich auch überzeugt, das werden wir.